so hallo es kommt zu einem nächsten vlog ja hier aus meiner eigenen neuen wohnung und ja ich will eigentlich jetzt einfach nur einen kleinen vlog starten wie ich hier alles ein bisschen sauber machen und so ich zeige euch mal gerade hier wie die wohnung jetzt mittlerweile aussieht also ihr seht hier ist schon ganz schön viel auf den kopf gestellt und ja ich muss hier jetzt die ganze decke hier ab säubern mit wasser und spülmittel damit hier alles schön sauber ist damit man da gut streichen kann und ja ich würde sagen ihr schaut mir jetzt einfach mal zu und ja jack it up so 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 gut also ich habe jetzt schon mal hier die ganze ich habe jetzt schon mal hier die ganze dachschräge schön sauber gemacht und ja ich weiß nicht ob man sieht aber es spiegelt sich auf jeden fall schon mal hier drin und jetzt gucken wir mal hier schön aus dem dachfenster aus das ist ja wirklich das highlight der wohnung dass ich hier ein dachfenster habe okay ich lege mal die kamera aus der hand so jetzt es ist sehr stürmig draußen aber egal das will ich euch erst mal zeigen hier also ihr seht hier direkt das dach aber hier sieht mir direkt den sonnenuntergang da ist echt cool da kann ich auch mal ein paar zeitraffer anbauen und ja dann würde ich mal sagen das ist ja nicht so sehr interessant für euch wenn ich jetzt hier noch weiter sauber mache also ich werde jetzt hier mal noch die decke sauber machen bis dahinten hin und dann werde ich hier auch mal noch die wand sauber machen und ja dann würde ich sagen sehen wir uns dann wieder auf den tschüssi tschüssi so alles kommt zurück und ja jetzt fange ich so langsam mal an zu streichen und ja ich wünsche euch auf jeden fall beim zuschauen sehr viel spaß ich stelle euch mal irgendwo hin und dann viel spaß beim zuschauen so 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 Hannes kommt zurück ja also mittlerweile habe ich schon sehr viel geschafft ich kann euch das auch mal gleich zeigen ich sitze in der zeit jetzt mal ein bisschen hier auf der couch um mich ein bisschen auszuholen also das war schon ganz schön anstrengend heute ich zeige euch jetzt mal gerade was ich heute schon so alles gemacht habe so also das hier war alles vorher in der farbe und da habe ich es erstmal alles hier schön weiß gestrichen auch hier an der seite und ja morgen wird es auf jeden fall dann hier weiter gehen werde ich dann hier schätze ich mal den ganzen raum sogar morgen schon fertig bekommen also das ganze wohnzimmer und ja dann würde ich sagen wenn es euch gefallen hat lasst einen Daumen nach oben da über ein Abo würde ich mich auch sehr freuen und wir sehen uns dann morgen wieder in dem nächsten vlog wie gesagt wird jetzt auf jeden fall schätze ich mal fast jeden Tag ein Video kommen ich versuche es zumindest und ja dann machts gut und tschüssi 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 tschüssi